. Wir sind hier in unserem Hangar, der, wie Sie sehen, voller Kunst ist. Und dafür da, dass unsere Kunden ihre Flugzeuge sicher hier einstellen können und den Komfort haben für eine möglicherweise gute Übernachtung. Wissen Sie, die Flugzeuge sind hier dessens aufgehoben und an einem sicheren Ort. Sicherheit hat natürlich immer eine direkte Verbindung in unseren Seelen, auch mit den Bergen. Und selbstverständlich gibt es keinen sicheren Ort wie im Innern eines Berges. Über uns haben wir ca. 800 Meter purem Fels. Wir sind wie in einem Gebäude, einfach unter Fels. Also, man kann sagen, ein U-Boot unter Fels. Wir sind vollkommen autark und während Wochen kann man hier sein, ohne dass irgendwas von außen uns versorgt. Wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben Heizung, wir haben Luft. Das ist alles vorhanden. Wir können selbst hier überleben, wenn es eine atomare Verseuchung geben würde aufgrund eines Kernvorfalls. Also, der Standort ist, glaube ich, sicher. Das sind jeweils 1 Tonnen Türen, die diese Segmentierung machen. Das ist einerseits Teil des Brandschutzes, aber auch Teil der Sicherheit. Dann hier das Herz von Mount Ten mit zwei Kopien, die wir halten. Eine ist im Swiss Phonox 1, das ist Swiss Phonox 2. Abends wird dann überspielt. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist das die Zweithaltung von Daten von 40'000 Servern in 30 Ländern. Der Unternehmer hat mehrere Schichten. Die Familie ist für ihn wahrscheinlich das Allerheiligste und dann kommt die Firma. Und bei der Firma ist der Datenteil das Allerheiligste. Hier drin sind, ich weiß jetzt nicht genau, aber wahrscheinlich Festplatten im 2, 3, 4, 500 Euro Bereich. Wenigstens so lange es diese Daten beim Kunden noch gibt. Wenn er sie nicht mehr hat, dann ändert sich die Situation sehr schnell. Dann reden wir hier nicht mehr von 500 Euro, sondern vielleicht von 500 Millionen. Und dann wird das auf einem Schlag sehr wertvoll. Wir behandeln es halt wie 500 Millionen, nicht wie 500 Euro. Das ist der Grund, warum man hier auf Sicherheit einen so Wert legt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jaguar malfterminelep Umland. Bis zum nächsten Mal. Scha novamente Aufeinigung. Schreibt auch in h cette Aisotiegsserie. Mehrltryiony Engineering